Ein dreifaches Dankeschön. In Katastrophenzeiten rückt man zusammen. Ich bedanke mich bei unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, die selbst im Einsatz gewesen sind, die selbst mitgeholfen haben an der Bewältigung der Folgen dieser Flutkatastrophe. Ich bedanke mich aber auch bei unseren Betrieben, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freigegeben haben, um zu helfen. Das nenne ich soziale Verantwortung. Das ist vorbildlich. Und ich bedanke mich bei all den freiwilligen Hilfskräften, insbesondere unseren freiwilligen Feuerwehren, die unseren Betrieben geholfen haben und die mit selbstlosen Einsatz, oft unter Gefährdung und schwierigen Situationen, mitgeholfen haben, ihr Können und ihre Verantwortung unter Beweis zu stellen. Es hat viel mitgeholfen, dass wir die Schäden gut im Griff haben und beseitigen können, zeigt aber auch das hohe Verantwortungsbewusstsein und Zusammenstehen in unserem Land. An die betroffenen Betriebe. Ich darf noch erinnern, dass wir eine Hilfsaktion der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gemeinsam mit den Wirtschaftskammern gestartet haben, bis maximal 10.000 Euro, 10 Prozent des eingetretenen Schadens, rasch und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. Denn wer schnell gibt, gibt doppelt. Und wir wollen jetzt zeigen, dass wir im Stande sind, rasch und unbürokratisch zu handeln. Nochmals allen Betroffenen unsere Verbundenheit und allen Mithelfenden unser herzliches Dankeschön.